Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen wieder, hier ist wieder euer Heinz zu einer neuen Runde Flatout 1. Ja, indem wir ja die Kochen das letzte Mal noch ein bisschen aufgetunen haben, müssen wir ja gucken, wie ich das Möbel nun mal auf der Straße mache, ne, oder im Geschehen des Rennens oder im Renngeschehen oder, ach ist ja auch Pfeife-Koll. So, aber mal gucken, wir fangen heute mal die zweite Reihe an, hab's schon auf Aufnahmen gedrückt, ich sitze auch so, so, wieder die alte Laserbrille, das ging ganz gut, mal gucken, ob uns das Glück dann halt ist, oh, halt ich sollte, so, und Schnee, nee, aber wir gehen auf die Rennstrecke, na da, guck mal, Tomate, oh je, oh je, ich kann's da bloß sagen, oh oh je, so, wir haben ja motorisch was unter der Kiste jetzt hier, ja, wir sehen schon, wir kommen prima vorwärts, der liegt auch wirklich erst klassisch, nur kommen wir irgendwie wieder mal nicht hinterher hier, oh Gott, wo geht's denn hier lang, oh, oh, was war das hier, noch einen Haufen, ach, sag mal, was ist denn das hier noch, oh, 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 das ist ja heimdickig, ist das ja, ja, alles heimdickig, jetzt fahren wir sogar mit dem Laster vom, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier wirbeln sie schon durch die Gegend, die äußere Ecke wirbeln ist hier, die machen einen Wind, haben wir den jetzt in die Baustelle geschoben, haben wir, oh Gott, Mensch, das sind ja wieder Kürbschen hier, man soll's nicht glauben, oh, das war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, völlig verlängt, ah, Mensch, ganz schlecht, ganz schlechter ist jetzt, ach, jetzt willst du mich verordnen, dann machen wir gleich, hier, komm, machen wir gleich noch mal neu, weil, das bringt ja nichts mehr, Mensch, da war man nun schon schön und ich verlenke mich hier in der blöden Kurve, ach, Mensch, Sieglinde, das ist ein, jetzt sind wir an dem Hafen vorbei, also über den Hafen dürfen wir nicht drüber, da setzt der einen zurück, so was, oh, 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 jetzt sind wir nicht angepumst, aber wir können nicht, wir müssen, na, dafür hier, jetzt, na, ich denke mal hier, hier sind wir jetzt zu weit hin, muss ich sorgen, Ich würde sagen, das ist mir zu leid hinten. Die werden wir nicht mehr ganz einkriegen hier. Das hätten wir vor uns. Da haben wir das vermasselt. Ich stehe vermasselt. Ich habe schon eine Karte umgefahren jetzt. Mit dem Intro. Hau ab. Und nerv mich nicht. Ich trage den Runde. Hau ab. Und wiederum. Ich trage den Runde. W gosto. Er war mit dem Punkt. Ich trage den Runde. Wir sind hier von der Runde. ein kalt dritter war mir weil das ist immer schlimm, gibt es nicht zu viel gas wird es nicht, gibt es zu wenig wird es auch nicht siehst du, hier zum bleistift na klar, na sicher, na jetzt wird es nichts mehr, jetzt sind wir fünfter das haben wir jetzt vermasselt ach ist der furchtbar, komm hier rüber na klar, wir bleiben stehen, wir halten erstmal an auf der Strecke die müssen vierter, aber das wird jetzt nichts in der letzten Runde, kriegen wir das nicht hin das glaube ich nicht, das wäre ja ein Wunder, wäre das ja, wenn hier so ein Wunder geschehe na ja, klar, das Wunder geschieht nicht wie ihr seht, geschieht das Wunder nicht wäre ja auch zu schön, wenn wir mal eine Runde bloß wo wir fahren würden, das geht einfach offensichtlich nie bei mir das ist nicht möglich na klar, jetzt kommt noch einer hinten angesägt das ist nicht logisch das ist ganz klar und die kriegen auch wunderbar jetzt das Küfchen alles, wir wären hier fünfter wären wir hier kannst du auch schlecht mit Nitro arbeiten nach vierter sind wir ja wenigstens, kriegen wir noch ein paar Benunzen hier also, oh mein Gott, das ist wieder wie milder Wetter so, wir haben gleich wieder ein schönes Bildchen hier mal gucken, wo wir so richtig schön im Gewühl ja, das sieht doch gut aus wir machen das mal heute so, und so jup, so so, und so und zack, und zack, und zack, zack 500, na immerhin haben wir 500 gekriegt und hier haben wir auch schön ja, wieder ein bisschen was dazu so hm, wir konnten uns servieren mit dem Getriebe Getriebe 1000 wir nehmen mal ein neues Getriebe jetzt mal gucken so das geht bestimmt viel besser viel besser geht das mit einem neuen Getriebe kriegen wir das schon hin ja also, das schaltet sich jetzt hier das ist wie von alleine jetzt oh, wir brauchen wir können deswegen können wir am Start hinten ein bisschen drödeln da können wir gleich nochmal starten weil das wird definitiv nix wird das hier das ist wir haben ja kein Nitro zum starten so lasst die sich alle so 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 oh Gott Eno ist schon in Brand geraten ja tu mich schon das kannst du so und ich mach nur so weiter Junge und ich zeig dir den doch fremd ich hab ja nämlich den welchen ja mach nur so weiter Junge ich hab ja schon gedacht ich kann mich dir sagen also das wird errennen wie der Schmerkchen wenn man hier ein bissl wir müssen mit der vierte das kriegt man hier nie hin ja oh siehst du das ahhh dieser blöde Hygieno-Geder mach ich nicht lang na sicher doch na freilich ahhh jetzt kennst du mich schon wieder aufräten ja Mensch du Frisur du elendisch ach ahhh nicht lang du auch noch nicht logisch nun jetzt kommen die alle vorbei ist doch völlig klar ist das da oder das ist eigentlich ganz logisch ist das Mensch das ist spannend wieder hier das ist spannend also bald die hier irgendwie ich hab keine Ahnung wie ichs fahren soll ich weiß es nicht fünfter naja zwei Plätze machen wir uns nicht mehr gut in der letzten Runde das war nichts sch SUN wird nix hör sehr schön situations ne jetzt sind wir ja wieder 16 hier das wirkt nix das rennen ist sehr schön das wird wieder der hass werden hier der endlose hass Ahhhh. Ah, schickeser Mensch, haben wir nur einen 5. Dann guck dir das an. Nix wird. Nix wird. Ach, da waren wir aber vor uns schon mal gassen, ja. Da haben wir ja nicht schon die Getriebe drinnen. Was brauchen wir noch hier, Mensch? Nein, ich wollte mich mal hören. Vielleicht holen wir mich noch. Wer sind da? Das wird schwierig, wieder schwierig. Ich merke schon. So. Ja. Ich sehe manchmal auch 200 Preisgeld, meine Güte. Wieder 103. Wieder viel demoliert. Ich will weniger demolieren. Ich möchte gerne gewinnen. Oder wenigstens auf dem 3. Platz. Wenigstens. Das muss doch menschlich sein. So hat es mal nix. Und jetzt fahren die alle roten Tisch. Mhm. Und jetzt fahren die alle roten Tisch. Ich komme nicht hinterher hier. Ich komme nicht hinterher hier. Hm. Das wird echt nix. Du müsst hier gleich erster werden. Ich komme nicht hinterher. Ohhhh. Warum will die schon wieder singen? Ohhhh. Wir sind schön hier rumgegangen, aber jetzt gehen wir hier rüber, weil ich immer vergesse, diese dämliche Kurve vergesse ich immer wieder, das gibt es ja gar nicht. Das sieht man, da hast du wieder so einen Dütenkleber vor dir, so einen Iron Mauler. Mit dem campelst du dich, und in der Weile fahren die anderen und schenken dann hier vorbei. Ich kann schon jetzt Sechster sein, wenn die anderen alle am Straßenrand stehen. Halt, lös, ab. Die Kurve hier. Die Rügelsefigur sind genau weg vom Fenster. Die Rügelsefigur sind genau weg vom Fenster. Na klar, statt mal vorbei zu fahren, ne, ich schiebe mir den an. Mensch, immer dasselbe. Das gibt es doch auch nie. Na klar, sollte man das auf våra Weg vornehmen jederzeit noch in Our flag? Weil unsere Landschaft geht dann mal bewusst. Du häst nicht. Amen. Oh, Trino, hey, how must it be? Oh, oh, oh. 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 Jippie, hey, wenigstens. Ich weiß, man, ich war einfach nur mit den ersten, nee. Wie reich bin, man muss ja mit den wenigen zufrieden sein. Mann, was man so hat, ja. So. 2000, du, 2000 Was konnten wir uns da noch, das andere Getriebe holen? Hmm, gucken wir mal Was konnten wir, aber Getriebe müssten wir jetzt Oh, oder? Oh, das nächste Getriebe, du, das nächste Getriebe 1500 Jetzt haben wir nur 1000, was gab es denn für 1000? Auspuff Oh ja, Auspuff Gekauft, Auspuff So, alle Wartekäule wieder, müssen wir wieder fahren Ja, meine Lieben Ich würde aber sagen, ich würde aber sagen Wir lassen das hier schön heute mal auf der Rennstrecke Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen Ich freue mich immer über Däumchen hoch Nette Kommentare, neue Abonnenten Wie auch immer Und sag wie immer, bis zum nächsten Mal Tschüss, euer Heinz